Also dieses Bild hat mich sofort angesprochen, als ich hier den Raum getreten habe. Ich denke, dass ich diese Kombination auf klassischen Merkmalen und das Moderne erinnere, dieses Gold. Also Gold ist für mich immer ein Zeichen von... Also für mich ist das Universum Gold und strahlt und ist auch für mich eine sehr friedliche Farbe, wenn die Farbe ist. Und was ich hier so schön finde, ist, dass es ja nicht irgendeine Rotzüterin da ist. Das ist ja so ein leidenschaftliches Wort. Das gefällt mir total. Also ich habe mich in diesem Lieder gefunden, weil ich bin natürlich sehr leidenschaftlich und gerade noch diesen kleinen hier Goldplättchen. Das ist einfach, das unterbricht nochmal dieses, wie soll ich sagen, dieses Reine. Das ist dieses Aufregende, diesen Goldenen, dieser leidenschaftliche Frau, diese aufregenden Flecken in ihrem Leben. Und dann hat sie aber auch wieder diese Ruhe, diese Säulen, die diese Ruhe ausstrahlen, diese Gleichmäßigkeit. Aber unterricht, ne? Wie schön in ihrem, ich sag mal, in ihrem Fruchtbarkeitsbereich. Da lädt ihr schon wieder der Sturm ab, ne? Ist klar. Läuft. Es läuft. Äh. Ja gente wagon hat alt. Ich glaube gar nicht. Malenhyg. Es ger现en Sturm. Alles bitte schämt. Alles clicked.